Bosch ist Marktführer bei Fahrrad-E-Antrieben in Europa. Bei der Eurobike 2013 wurde nun ein neuer Elektroantrieb präsentiert. Das Bosch-Portfolio umfasst nun drei Produktlinien, Classic Plus sowie Neu, die Active Line und die Performance Line. Active Line ist abgestimmt für harmonisches und alltagstaugliches Fahren. Performance Line richtet sich an dynamische und sportliche Einsätze. Neu ist auch die Möglichkeit, die Akkus nun direkt am Fahrrad zu laden. Insgesamt ist das System kleiner und dank neuer Sensorik bzw. Steuerung effizienter und feinfühliger geworden.